Jesus Christus, unser Retter, gebt uns gutes Wetter. Er ist in unserem Herzen und wir haben keine Schmerzen. Gleichzeitig ist er die Liebe und stoppt damit viele Diebe. Jesus Christus ist für uns am Kreuz gestorben und dadurch ist er heilig geworden. Er ist so gut, durch ihn habe ich Mut, deshalb habe ich nie mehr innerliche Wut. Durch ihn haben wir das ewige Leben und wir genießen die schönen Quellen des Lebens. Jesus lebt und das weiß man ja zu spät. Denn Jesus lebt. Besten Peace, André. Jesus Christus, unser Retter, gebt uns gutes Wetter. Er geht in unserem Herzen und wir haben keine Schmerzen. Gleichzeitig ist er die Liebe und stoppt damit viele Diebe. Jesus Christus ist für uns am Kreuz gestorben und ist dadurch heilig geworden. Er ist so gut, durch ihn habe ich Mut. Deshalb habe ich keine innerliche Wut.